Es gibt in unserer Welt drei Paradoxien. Jedes Jahr kommen in Österreich 80.000 Kinder mit einem lauten Ja zur Welt. Und so viele Menschen in unserem Land leben mit einem inneren Nein. Wir haben alle Technologien und alles Wissen, um diese Welt und unser Land zu einem noch besseren, noch lebenswerteren Ort zu machen. Dennoch verschlechtern sich viele ökologische und auch manche gesellschaftliche Daten weiter. Und drittens, es gibt hunderte Initiativen, die genau das versuchen, doch alle zusammen erreichen zu wenig Wirkung. Deshalb ist die Initiative Bewusst Gemeinsam Leben so wichtig, da sie versucht, all diese Initiativen strategisch zu bündeln, um zu einer Wirkungsmultiplikation zu kommen. Deshalb unterstützen wir mit unserem Projekt Planet Yes diese Initiative mit einem Netzwerk an Universitäten, österreichischen Leitkonzernen, Entrepreneuren und Medien und werden auch am Kongress in Salzburg am 14. September anwesend sein. Kommen auch Sie dorthin! Kommen auch Sie?